Wie wir gerade eben gesehen haben, ist die Privatsphäre im Netz nicht gerade gegeben. Dr. Jan Hendrik Schmitt, Forscher am Hans-Brido-Institut, beschäftigt sich mit den Auswirkungen von den sozialen Netzwerken auf die Gesellschaft. Soziale Netzwerke wie Facebook sind aus der heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Sie bringen aber nicht nur positive Aspekte mit sich. Mit den Auswirkungen dieser Netzwerke und des Web 2.0 beschäftigt sich der Soziologe Dr. Jan Hendrik Schmitt vom Hans-Brido-Institut. Er erzählt uns, auf welche unterschiedliche Weise das Internet eine ganze Generation prägt. Vielfältig. Also in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen hat das Internet in den letzten Jahren dazu geführt, dass wir immer mehr Informationen zur Verfügung haben, dass wir über Grenzen hinweg zu jeder Zeit kommunizieren können, dass wir viele neue Möglichkeiten haben, uns unterhalten zu lassen im Sinne von irgendwelche lustigen Videos auf YouTube angucken oder auch Spiele spielen. Also das Internet ist ja keine einzelne Technologie, sondern ein Bündel von ganz vielen verschiedenen Medien, das also auch eine ganz unterschiedliche Fülle von kommunikativen oder medialen Funktionen übernehmen kann. Man spricht heutzutage immer wieder vom gläsernen Menschen. Kann man überhaupt noch von Privatsphäre sprechen? Ja, kann man, weil es viele Menschen gibt, die nach wie vor ein ganz starkes Bedürfnis auch nach Privatsphäre haben. Es stellt sich nur anders dar. Das heißt, Menschen müssen unter anderen Bedingungen jetzt Privatsphäre herstellen. Wir müssen nur erkennen, dass wir mit dem Internet und mit anderen Medien inzwischen in einer Situation sind, wo es manchmal schwerfällt, die Kontrolle noch über persönliche Daten zu behalten, weil wir gar nicht mehr abschätzen können, wer den Daten von uns aufzeichnet oder wo wir überwacht werden oder wer unsere Daten für welche Zwecke verwendet. Das heißt, wir sind in gewisser Weise gläsern geworden, ohne dass wir aber deswegen auch gleich sagen, wir möchten keine Privatsphäre mehr haben. Hier klaffen Wunsch, das, was man als Einzelner möchte, und gesellschaftliche Wirklichkeit auch noch ein bisschen auseinander. Facebook bietet seinen Usern die Möglichkeit, sehr leicht miteinander in Kontakt zu treten und erleichtert so die Kommunikation. Allerdings verschieben sich somit auch zunehmend die Grenzen zwischen privatem und öffentlichem Raum. Wenn man es soziologisch formulieren möchte, dient Facebook dazu, dass Menschen Beziehungsmanagement betreiben, also ihre sozialen Beziehungen pflegen können. Das Besondere bei Facebook ist, dass diese Beziehungspflege dann aber in einer bestimmten Form von Öffentlichkeit stattfindet, weil jeder Mensch selber eben den Kontakt vielleicht zu 150 oder 250 Leuten halten kann und für diesen Kreis ja Informationen öffentlich macht, auf seiner Pinnwand schreibt. Das heißt, es entsteht eine neue Ebene von Öffentlichkeit, persönliche Öffentlichkeit kann man das nennen. Und die ist tatsächlich, die gab es vorher in der Form noch nicht. Und wir lernen im Moment gesellschaftlich und jeder Einzelne gerade, was es denn bedeuten kann, Informationen auf dieser Ebene von Öffentlichkeit miteinander zu teilen. Wie das Internet selbst hat auch Facebook seine Schattenseiten, die man nicht unterschätzen sollte. Es gibt Risiken, die mit der Nutzung von Plattformen wie Facebook zum Beispiel verbunden sind. Es ist aber nicht per se gefährlich oder per se problematisch, sondern wie bei allen Technologien und bei allen Medien hängt es immer davon ab, was die Menschen mit den Medien machen. Es ist nicht so, dass Medien oder bestimmte Angebote von sich aus schon bestimmte Wirkungen erzielen. Da Facebook seinen Sitz in Amerika hat, ist es für deutsche Datenschützer oftmals schwer, den Umgang des Unternehmens mit den Daten seiner Nutzer zu kontrollieren. Im Grunde ist Facebook da meiner Einschätzung nach schon an die Grenze gegangen. Also es gibt in Deutschland ja diese Vorstellung oder dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Dahinter steckt der Gedanke, dass jeder Mensch selber so weit wie möglich Kontrolle darüber haben sollte, wer welche persönlichen Daten über ihn speichert und verarbeitet. Bei Facebook geht diese Kontrolle langsam, aber sicher verloren, weil wir nicht mehr genau abschätzen können, was Facebook denn mit diesen Daten macht, die Facebook über uns sammelt, weil Facebook eben Daten auch auf eine bisher ungeahnte Weise verknüpft und weil Facebook zum Beispiel auch Daten über Menschen sammelt, die gar nicht bei Facebook sind. Welche Auswirkungen kann es haben, wenn Jugendliche schon sehr früh in soziale Netzwerke eintreten? Ich glaube, das Wichtige ist, dass Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sozusagen wissen müssen, auch wenn das erstmal vielleicht schwer ist, das irgendwie zu verarbeiten, dass sie im Moment in der Situation sind, wo sie vielleicht das Gefühl haben, es ist doch mir doch egal, wer was sieht, dass sie aber unter Umständen in zwei Jahren oder in fünf Jahren dann auf einmal doch in Probleme geraten können, weil dann Dinge, die sie heute äußern, auf einmal in fünf Jahren wieder auftauchen. Es ist extrem schwierig, das können Erwachsene auch nicht gut, sich vorzustellen, was denn mal in der Zukunft möglicherweise mit persönlichen Daten oder Fotos oder so geschieht. Aber das ist gerade für die Internetnutzung von Jugendlichen wichtig, weil Jugendliche sehr eigentlich gewohnt sind. Sie möchten ja Dinge mit anderen teilen, sie möchten ja ihre Freundschaften pflegen, sie möchten ja anderen mitteilen, wie toll das Konzert war oder der Urlaub. Aber hier ist genau so eine Gratwanderung zwischen dem, was man jetzt möchte und dem, was in Zukunft vielleicht an Privatsphäre gewünscht ist. Und man muss überlegen, ist denn der Kreis, den ich erreichen möchte, ist das tatsächlich auch nur der Kreis, den ich faktisch erreiche? Das Besondere bei Facebook oder auch bei anderen Internetplattformen ist ja, dass eine Information sich relativ rasch verbreiten kann, dass also jemand ein Foto nimmt, was ich auf Facebook hochlade und das ganz woanders einstellt oder kopiert. Und wenn ich Probleme damit habe, wenn ich mir vorstelle, ist diese Info, dieser Text, dieses Statusupdate, was ich jetzt auf Facebook einstelle, wäre ich damit einverstanden, dass das auch wildfremde Menschen sehen? Das ist so eine klassische, so eine Art Faustregel, um zu prüfen, ob man irgendwas besser nicht einstellen sollte, denn wenn ich das Gefühl habe, ach nee, das will ich eigentlich nicht, dass das jemand sieht, dann sollte ich es auch nicht auf Facebook einstellen, obwohl ich vielleicht denke, dass da nur meine Freunde mitlesen.